Von Hamburg nach Haarlem, im Herzen von St. Pauli, die Milan Tour Gallery, einmal im Jahr. Hier hat sich Bobby Serrano in Viva Con Agua verliebt und hier hat sich Nio Hotel in Viva Con Agua verliebt und andersrum. Deswegen war klar, dass sich irgendwann Bobby Serrano in Nio verlieben muss und ein Hotel in Haarlem gestaltet und das seht ihr jetzt. Bis zum nächsten Mal.